This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Na ja, wir gucken jetzt mal, was er so zu sagen hat, weil hier ist er nämlich. Zumindest war er hier gerade, da ist er. Kann ich erst mal looten? Oh, ich rede, will ich looten. Loot, loot. Ja, und noch einen Zeitungsartikel. Mann, wo bist denn du jetzt hin? Hallo, ich sehe nichts mehr. Aber irgendwie, manchmal habe ich so Bugs hier, ne? So. Äh, irgendwie das zu lesen. Gott, vergib mir, was ich nun beichte. Manchmal wünschte ich, äh, wünsche ich, ich hätte Dyson Delaney niemals vor dem Ertrinken gerettet. Als er in den Kanal fiel, da hab ich, äh, da, ich hab's ausgesprochen. Bitte vergib mir, Herr, denn ich habe gesündigt. Dyson ist vielleicht der, äh, äh, frustrierendste Fall, mit dem ich seit der Öffnung meiner Notunterkunft im East End je zu tun, äh, hatte. Schon seit Jahren versuche ich zu verstehen, was mich an diesem Mann irritiert. Und ich glaube, ich habe vor kurzem den Grund herausgefunden. Dyson hat, äh, aufgegeben, äh, und zwar vollkommen. Ähm, ich habe in meinem Leben so viele schwere Alkoholiker kennengelernt. Männer und Frauen, Reiche und Arme, Junge und Alte. Ich bin Zeuge ihres Kampfes mit ihren Dämonen geworden, mit ihrer Vergangenheit, ihrer Schuld, ihren Fehlern. Manchmal können sie dieses, äh, innere Böse benennen. Manchmal ist es ihnen nie gelungen, zur wahren Ursache ihrer Verzweiflung vorzudringen. Aber in diesen, äh, in den meisten Fällen ist die Trinkerei für diese Männer und Frauen eine Weise, den Kampf vorzuführen. Natürlich ist es eine sinnlose und zerstörerische Form des Kampfes. Aber wenigstens bedeutet diese Selbstzerstörung, dass es etwas gibt, das sie leiden lässt. Und sie noch immer gegen diesen Schmerz ankämpfen, den sie so tief in sich spüren. Selbst ein schwerer Alkoholiker wie William Bishop, ach da haben wir den wieder, kämpft noch immer mit seiner Sucht und bittet um Erlösung vom, äh, um das Licht Christi. Und solange sie dieses Licht sehen wollen, gibt es noch Hoffnung. Für das in Delaney gibt es keine Hoffnung mehr. Er trinkt nicht, um seinen Schmerz zu ersticken. Nein, äh, ich bin mittlerweile überzeugt, dass er bewusst trinkt aus sadistischer Freude daran, alle Hoffnung zu ersticken. Ich weiß wirklich nicht, was die schlimmere Sünde ist. Bewusste, alle Hoffnung aus dem eigenen Herzen zu verbeinern oder sich selbstgefällig in Selbstzerstörung zu suhlen. Okay, was Neues wird das in Delaney erfahren, dass er noch einfach noch mehr sollte und die Hoffnung aufgegeben hat. Auch interessant. So, Sean. Warum das lange Gesicht, Doktor? Ist das alles, was ihnen Sorge macht? Wir haben uns beide sehr verändert. Wie können sie es wagen? Ähm, ja er sieht definitiv schlechter aus, als wir ihn gefunden haben. Aber er sieht noch besser aus, als manch anderer Skull, muss ich zugeben. Also ich weiß nicht, ob er an Skull ist, aber, ne? Die ganzen Menschen ist er auch nicht mehr. Äh, wir haben uns beide verändert, ja? Okay. Okay. Why return here? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. Okay. Wonders never cease. Skull managing an asylum. And what of you? A vampire doctor. Meals laid out before you. Yet you will strain. Nein? Naja, fast. Ähm, woher weiß er das, wenn wir Vampir sind? Das habe ich nie gesagt oder sowas. Woher weiß er das? Oder spürt er das irgendwie als Skull, dass wir auch übernatürlich sind? And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But half faith. My will is fair stronger than his. Okay. Also, das glaube ich auch irgendwo, dass er sich definitiv mehr kontrollieren kann als Will. Äh, weil... Sonst hätte er wahrscheinlich so in alle hier die ausgesaugt. Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. So kann man's auch sehen. You think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you. If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross. Nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh, and drinketh my blood, hath eternal life. And I will raise him up at the last day. So saith the Lord. I only need to eat flesh. No blood. Da war auch und mein blut. Also, na can I know. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? But you were close to her. Of course. But she was lost. Separated from the fold. She did not see the hand of the Divine in my blessed condition. So you claim Miss Jones death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke. Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the river bank, south from here. There you'll find all the proof you need. Very well. You have definitely intrigued me. I hope you're right, Sean. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then. Well, I surrender myself to your judgment. Okay. Üble Nachrede. Erkundet die kleine Situation, um Sean Hammes Geheimnis aufzudecken. Okay. Das machen wir aber mal. Wir haben eine Gespräche, wenn du von den sewersern bist, Dr. Reed. Okay. Also es ist interessant, was, äh, was Sean hier auf die Beine stellt irgendwie, ne? Und, ähm, weil er, ähm, er macht das ja wirklich so. Er, er, er zügelt sein, sein Durst. Und versucht wirklich den Leuten so zu helfen, wie sie sind. Und, äh, ja. Moin, Leute. Weil er macht das ja wirklich so. Er versucht uns zu beweisen, dass er nicht, äh, nicht schlecht ist. Und das macht er sehr, sehr gut, finde ich zumindest. Also, aua. Besser als manch, manch andere, würde ich meinen. Weil, ähm, ich weiß ja nicht, also ich würde ihm vertrauen, definitiv. Weil er ist ja kein schlechter Mensch oder sowas. Er hilft ja den Leuten. Und wenn wir ihn jetzt töten, dann, naja. Ja. Ich weiß ja nicht. Also, der Film ist auch nur von Leuten, ne? Das ist schon interessant. Aua. Hier in der Nähe ist auch, äh, da in der Nähe ist auch das Wings. Irgendeinem Leben ist so. Hier sind Skelds irgendwo. Wo? Aua. Jetzt hat er mich tatsächlich noch getroffen, der Typ. Ach, meine. Wo ist hier was? Oh, das ist oben. Das könnte das Publikum sein, das Giselle Paxton erwähnt hat. Ich sollte investieren. Eine Sekunde. Mach ich gerade. Ach, so. Also, hier soll das Haus sein. Giselles hat das Geld verloren. Ah. Ah. Priwan hat einige unethicale Wäsche, um ihre Krieg zu finanzieren. Okay. Ist auch ein bisschen blöd, ne? Von denen, die wollen die Vampire und so weiter, äh, ausrotten. Aber, stiehlen die Bürger. Auch, fragwürdig. Auch schon. Also, hier sind auch nur... Leute. Ich wollte jetzt eigentlich, ähm, in die Kanalisation gehen und gucken, was jetzt Sean hier tut. So. Oder was Sean uns zeigen will. Weil... Keine Ahnung. Und dann können wir auch wahrscheinlich diese eine Nebenmission abschließen, wo wir sagen... Ähm... Wo wir sagen, wir packen, ähm... Na, wie heißt's? Alles hier dunkel. Okay. Also, hier ist es wirklich dunkel gewesen gerade. Ähm... Weil wir haben ja hier noch diesen einen Typen, der hier irgendwo rumstrawöhnert. Warte mal. Den hier. Der ist ja hier irgendwo. Das heißt, da können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. So. Und was gibt es hier? Was? Beware. Okay. Auf was? Oder vor was? Da kommen wir nicht rein. Schade. Ähm... Das funktioniert nicht. Okay. Warum nicht? Was ist das hier? Okay. 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 Alles klar. Also, ich muss das zu machen. Ah, warte mal. Das geht nicht zu. Das heißt, wahrscheinlich müsste ich... dass die Fässer da wegkommen. Das heißt, warte mal. Aufmachen. Und dann... kann ich da rauf. Ich sehe nichts. Ach, da lang. Ah. So. Also, ich habe jetzt einfach nur geraten, Leute. Ich weiß nicht, ob sowas so richtig ist. Ich schätze mal, ja. So. Weißt, wir haben hier jetzt alles zu. Das heißt, wir können jetzt hier jetzt hier, die Fässer, die Fässer, die Fässer, dann runtergehen und schauen, was wir hier so haben. Wahrscheinlich nichts von Bedeutung oder so. Okay. Weißt, jetzt können wir ja das andere Ding hier wahrscheinlich öffnen, oder? Hier geht es auch noch lang. Ach nee, da sind wir hergekommen. Ja. Jetzt kann man das hier öffnen. Dann wird das erledigt. So, wie mir einfacher als erwartet. Ich höre Scales. Und ich höre ein Blinker-Scale. Okay. Was gibt es hier? Was gibt es hier? Ein toten Scal, wie es mir scheint. Gut. Guck mal, die Katalisation. Das mache ich gerade immer noch. Hier ist hier nämlich nur Blut. Da ist ein Skal weggeblinkt. Ich kann ihm ja nicht folgen, weil, wie wir es ja gelernt haben, ähm, verwandeln sich Nebel oder sowas. Wir sind einfach nur sehr, sehr schnell. Also dann wahrscheinlich, ähm... Wahrscheinlich die Lösung, wie quasi halt dann... Vampir hat Sinn, super schnell wie ein Vampire Diaries und so weiter, ne? So. Was gibt es hier? Nähe ich mich eigentlich dem Typen? Hey, ich war doch eben dort. Ach. Muss man nicht hinterfragen, oder? Kann ich nicht öffnen? Oh. Das ist der Typ. Das sind die Maggots, die Verkauf von Askelon zu lange verabschieden. Es ist Zeit, um die Seuers zu ihren Filmen zu verabschieden. Du wieder. Das, was sie nennen, die Seuers-Dog. Hörst du dich, Neuborn, oder ich werde dich wie ein Maggott verabschieden. Du hast die Geist zu verabschieden. Sagen wir jetzt nicht, wir müssen gegen... Oh Gott, nee. Aua. Okay, 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 okay. Ja, ja, okay. Ja, reicht. Das kann ich auch. Der ist gar nicht, der ist etwa 18, also genau so stark wie hier im Grunde genommen. Der ist halt größer. Aua. Was? Aua. Aua. Mann. Aber er ist einfach so ein bisschen, als ich gedacht hätte, ne? So stark ist der Grubius auch nicht. Aua. Aua. Was? Hey. Return to your apothekrie and needles. Ja. Dein Blatt ist mein, Junge. Och mein Gott, das reiche. Ich kann ja nur was Neues machen. Ich habe nichts gesagt. Ja, das war ja mit dir. Okay, das ist viel Schaden. Okay, mal geheilt. Wieder Spritze, die sieht auch sehr gut. Warte. Äh, Falterknopf. Habe ich Blut mir gegeben? Ja, hast du schon mal gesagt. Ich werde dich verletzen. Der kommt doch bestimmt noch mal wieder. Der kommt doch bestimmt noch mal wieder. Irgendwie, was? Der Henker. Aha. Errungenschaft. Hoppala, wollte ich nicht. Der kommt doch bestimmt noch mal irgendwie wieder. Der kann doch nicht tot sein. Es ist doch nicht so einfach, oder? Was war das? Einfaches Zeug. Hier ist, wir haben ja gesehen, der Katzen ist ja der eine Skull hier lang gelaufen. Und dem folgen jetzt erstmal, würde ich sagen. At least one Skull escaped Virgels Rath. Ist ja gut. Der Typ ist da unten jetzt irgendwo. Ich will den Typen noch finden, bevor wir wieder zurückgehen. Okay. Ich meine, der heilt ja auch eigentlich theoretisch gesehen, oder? Die Skulls heilen doch auch, oder? Also, sie haben ja auch Heilfähigkeiten. Da wird's lang gehen. Aber ich gehe erstmal hier lang. Oder warte mal, nee. Quatsch. Da wird's so lang gehen. Nee, da hört sich's nach... Nach Dings Mission an. Nach Hauptmission. Ich will erstmal hier lang gehen und gucken, was da so ist. Hier ist nichts. Ach, da ist doch was. Nee, da war's nur was Glänzendes. Ab Dank Bridget, was auch immer. Wer ist Bridget? Warte mal. Hier geht's auch nicht lang. Wo ist dieser andere Typ? Der muss doch auch hier irgendwo sein. 100 Meter. In die Richtung. Ja. Aber nach oben. Wieso nach oben? Ich gehe jetzt eigentlich wieder von der Hauptmission weg, oder? Aber ich will jetzt wissen, was es mit dem Typen auf sich hat. Ähm... Komm ich da irgendwie hoch hier? Da kann ich doch bestimmt hoch... ...woppen, oder? Woppen? Was rede ich hier wieder schon für ein Zeug? Nee. Hier komm ich ja nicht hoch, oder? Wahrscheinlich nicht. Kann ich wieder hoch? Ach gut, okay. Leute, wir gucken. Ich guck mal, dass ich den irgendwo auf dem Rückweg finde. Vielleicht finde ich den dann irgendwie. So. Wer bist du? Das ist unser Domain, nicht deinem. Du hast bemerkt. Warte. Ich habe dich von dieser Kreatur geholfen. Das muss für etwas sein sein. Danke. Jetzt geh. Geh zurück in die Straßen und Häusern. Es gibt keine Liebe zwischen uns, Vampire. Aber danke. Du bist so traurig, bist du die Kanada-Ratte? Schon hätten, hat mich geschickt. Sean Hampton hat mich hier. Ich glaube, er wollte mich, dich zu finden. Wer bist du? Wenn du es wissen musst, sie kenne mich alte Bridget. Und diese Schilder ist, wo wir leben. Ich bin Jonathan Reed. Ich bin ein Neuborn, Ekon. Ich bin Angst, dass ich nicht sicher bin, was passiert. Ich bin ein Neuborn, Junge Ekon. Aber ich fühle mich deine Schilder. Begge, und ich werde dir meine Schilder geben. Warum war das Kreatur nach dir? Fergal ist die Blunt-Instrument der Askalon-Club. Seine Schilder sehen wir uns dead oder turned into slaves, wenn sie ihren Weg hatten. Was das Ding war das Ding? Er war nicht ein Ekon oder ein Skal. Sie sind wie Volkhod, eine ähnliche Ausgabe von Immortalen. Blut betrifft sie, sie schwebt sie. Okay, habe ich gesehen. Was ist dieser Askalon-Club? Vampire-Sosietes, die Elite in dem Empire. Sie machen die Regeln und verfolgen ihre Juden über uns, die sie als Lesser sehen. Okay. So ist es du, dass Sean Hampton mich zu finden hat. Vielleicht. Der schweige Schilder war immer so nett zu uns. Er muss dir vertrauen, wenn er unsere Location herausgeführt hat. Wahrscheinlich. Sean ist ein Skal. Alle, die ich habe, sind schweizte, schweizte Kreaturen. Wie kann er anders sein? Vielleicht, weil er der schweige Schilder. Oder vielleicht, weil ich die Brüge von Sewer-Skals. Sean hat eine Patientin von mir und das ist nur ein von den Mordern, er hat sich vor. Wenn du mit Harriett bemerkst, sie ist nun in uns, und unter unsere Schutz. Harriett Jones ist alive. Das ist es. Das ist die Beobachtung Sean hat mich zu finden. Ich muss mit ihr sprechen. Nein, Harriette ist nicht lebendig, aber du kannst mit ihr zu sprechen. Ich muss euch warnen, sie ist fräge und kann dich nicht beheben. Ich verstehe nicht. Sie ist mit Bile und Hade. Sie ist schärf wie ein Tack, aber ihr Körper ist so stark. Ich habe nie gesehen wie es vorher. Sie ist in einem Raum auf der leeren Seite des Hadebauts. Danke, ich werde das in minde behalten. Okay. Also das ist quasi die Unterkunft der Skulls dann quasi, ne? Hier heult einer. Aha. Ich sehe mich schon als Meister an. Oh, und da sind hier heult noch jemand. Ein Bekannter, den kann ich auch nicht aussagen oder sowas. Das ist alt, alt Bridget. Den kann ich nichts. Also anscheinend heilen nicht alles Skulls oder wie. Was ist das? Alt Bridget sagt, du bist der Mann, die zu sprechen. Bin ich. Ascalon has stalked us for ages upon ages. Da ist die old Bridget. We're at your mercy. Will you end us? Aha. Your place is not here. Ja, sehr nett. Also manche sind uns freundlich gesehen, manche auch nicht. Okay, was mit dir? Du sagst nichts. Gut. Also sie ist wahrscheinlich auch ein Skell dann, oder? Äh, die Überlegenheit der Ekron. Es ist kein Zufall, dass Ekron die bekanntesten und zahlreichsten unter den Vampiren sind. Ekron sind die wahre Aristokratie der Unsterblichen. Und sie und die einzigen, die dauerhaft an der Spitze der Nahrungskette stehen können. Egal wohin ich reiste, überall sah ich Ekron. Die Sterblichen und Unsterblichen Gesellschaften führten. Geschäft? Bläh, bläh, nochmal. Und Unsterblichen Gesellschaften führen. Ekron sind die menschlichsten, klügsten und gebildetsten aller Vampire. Sie verstehen mich nicht falsch. Ich habe nichts gegen die exotischen Wohlkotts, die ebenfalls die Gabe der Unsterblichkeit haben. Viele von ihnen sind nützlich, wenn man ihre Sinne ordnungsgemäß und auf ein klares Ziel richtet. Achso. Doch ihnen fehlt die wichtigste Eigenschaft von allen, die Fähigkeit unerkannt mit Sterblichen zu verkehren. Gut, man könnte auch sagen, sie ist einfach nur ein sehr groß gewachsener Mann mit sehr dunkler Haut. Wäre eine Möglichkeit. Deshalb sollte der Eskalon-Kopf nur Ekron von edelstem Blut in seinen inneren Zirkel aufnehmen. Den Umständen entsprechen können Wohlkotts, die unsere Regeln befolgen, als Kriegs- oder Jagdhunde aufgenommen werden. Glücklicherweise haben unsere niederen Vetter die naturgegebene Neigung, sich ihren Herren untersuchen und ihnen zu gehorchen. Aus die Gesetze von Eskalon von Lord Redgrave Gründer. Okay. Wollen wir das hier? Ich komme gerade, Moment. So. Hallo, Harriet. Kennst du mich? Hm, ja. Du bist aus dem Pembroke-Hospital. Der junge Doktor. So voll von Geheimen. Ich habe so viele Fragen, die ich dir fragen muss, Harriet. Wenn du so würdest. Ja, habe ich auch so das Gefühl. Uh. Your room. The blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. Why flee with Sean Hampton? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to sin. Aber der Geist, der noch nicht zu töten wird. Hast du endlich irgendwo gefühlt, dass du so viel Schmerz und Schmerz bekommst? Niemand hat mir eine Scheiße gegeben. Nicht ein Tearshed. Schöner Harriett, immer die Discarded. Okay. Warum kamst du hier? Und warum nicht? Das ist jetzt, wo ich jetzt live. Lass mich, B. So you desire to stay here? Yes. I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriett. Always alone. Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. Uh-huh. How do you feel? I can't see. I can't move. My body's burning. I feel as if I'm dying over and over again. Uh-huh. Does the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. Uh-huh. Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. Okay. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? Ich bin kein Skull. Wir sind beide untot. Ich ähne ihn ein kleines Stück. We are not dead, Harriet. Death no longer pertains to us. We are different. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood and I wanted revenge and Sean pulled me from it. Brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. Okay. Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. So cruel. You sought vengeance by your own hand and someone else obliged you. Very convenient. Don't lie to me. I don't lie. I saw him near the docks and rightly I wished him dead. And I am happy he is. It's true. But I didn't kill him. I was too tired. Shadows? Tell me what you saw. The shadows. They heard me. And answered. Something in the deep darkness. Quick. Deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered. Yes. And these shadows. This presence. Do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me. And now it is silent. But it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It... It whispered your name, Doctor Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. Okay. Also mehr Fragen als Antworten irgendwie haben wir jetzt. Also Harriet hört auch Sch... Have you found the answers you were looking for, young Ekkon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us. Spend time with us. And I may be willing to answer more questions. Your diction, your words. You do not carry yourself like most Skulls I've encountered. True. I'm not like most Skulls. You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekkon. But it will remain mine. Can I be of service to you? We ask but one thing. Reveal to no one our secrets. Do not betray us. Werde ich nicht, hoffe ich zumindest. For how long have you been in hiding here? Skulls have been hiding under London since vampires first entered the city. Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns, catacombs. We are Skulls groveling beneath the feet of our makers. Why do you live here, amongst filth and vermin? Live. Here we hide. What are you hiding from? From the guilt. The shame. From the hunters and the light. And of course, our past. Eh? Why don't you leave the city? Hide somewhere far from the guard of Priwan. The Ascalon Club. We are the sewer Skulls. This is our domain. We have run as far as we can. And now we hide. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she is a Skull. I've no idea as to what blood made her. What is a Skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire. Disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Sean Hampton now. Your kindness has been ample payment, Egon. To protect us, I'll close the access to our hideout. But you can use our shortcut to reach Mr. Hamptons shelter. Just follow the arrows. Thank you, old brother. I hope we'll meet again. Also, was heißt das jetzt quasi? Wir können, ähm, das Blut eines Vampirs ist sehr, sehr stark, oder wie? Schärker als unser eigenes. Äh, Quatsch, ähm, stärker als eines Skulls und kann quasi, ähm, ein Skull heilen. Oder ernähren, keine Ahnung. So, Harriet hört Stimmen. Wahrscheinlich so ähnliche Stimmen wie wir. Aber ich bezweifle, dass er unser Schöpfer ist, also den Typen, den wir da gesehen haben, oder das... ...etwas, was wir auf der Brücke gesehen haben, diesen roten Gestalter. Weil, das wird ja keinen Sinn ergeben. Ähm, ja, keine Ahnung. Hier ist jetzt noch der Typ, den wir gesehen haben. Ah, der ist er ja schon. Are you all right, sir? What are you doing here? I could ask you the same question. Don't you know, this is a quarantine zone? I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating the epidemic. You had better get to a safe place while you still can. Oh, really? Well, go investigate somewhere else and leave me be. Hey, I beg your pardon. I said, go, leave me alone, sir. Mhm. Mhm. Also, das ist auch wieder die Synchronstimme von Milton Hooks. Das hört man definitiv in dem Fall raus. Und, was ja auch interessant finde, die machen quasi, die haben eine Maske vor dem quasi gegeben. Und das ist einfacher, da müssen die nicht so viel animieren quasi. Den Mund und so weiter. Rodney, you're the man who killed that gang member, are you not? Is that why you are hiding in this godforsaken place? Yes, I did. I did not even know his name. Then why did you kill him? That arsehole always mocked me for the color of my skin. Usually I let it go. But not that night. We fought. He died. Ah? Unfortunately, I have met several murderers during my lifetime. You don't look like them. I can tell you're no cold-blooded killer. You're right, sir. At first it was just a simple argument between us. But the man had a bad fall. Believe me, Rodney, you won't survive here long. No matter what you did, you must go back to where you used to live. I'll go back to the docks then. But if I die, remember that the blood of Rodney Grader will be on your hands. Okay. Der kehrt ja dann jetzt zurück, ne? 2400. Ja, geht auch. Geht. Gut. Ähm, wie kommen wir jetzt wieder zurück, ist die Frage. The old British hat ja gesagt, wir sollen dem Pfeilen folgen. Pfeil, Pfeil, Pfeil. Pfeilen folgen. Hier ist Harriet Jones. Das ist despicable. Dann geht's jetzt hier zurück zu Sean Hamptons Notrundenkunft oder wie. Wie das? Gewöhnliche Keule. Macht das Ding mehr scheinbar als unseres? Warte mal. 160, 121 macht weniger Schaden. Hat, braucht mehr Ausdauer. Macht, begleicht Schock viel Schaden. Ja, also unsere ist definitiv besser. Wir müssten, glaube ich, auch mal theoretisch gesehen, wir könnten hier schlafen. So. Wir könnten mal, was wir tun könnten, wäre einmal... Was ist das hier? Regenerationssirum, ein besseres, okay. Ähm, wir bräuchten mal echt hier diese Behandlung gegen Kopfschmerzen und so weiter. Da müssen wir einfach mal gucken, was wir da mal mitmachen könnten. Irgendwann oder wann, wie wir das bekommen. Weil das ist schon mal wichtig. So, ich würde gerne einmal... Ähm, ich würde gerne einmal ein bisschen Waffen upgraden. Und zwar die gewöhnliche Säge. Oder die Coil. Die Coil ist eigentlich aktuell meine Hauptwaffe, ne? Ich würde... Kann ich das jetzt nochmal... Könnte ich jetzt sagen, ich... Mach jetzt da noch was drauf. Teil eines gewöhnlichen Griffes fehlen mir dafür. Ähm, ich würde auch gerne mal das hier... Zumindest auf eine weitere Stufe upgraden. Obwohl dafür fehlen mir da wieder Zeug. Warte mal, was fehlt mir hierfür? Teil eines guten Griffes. Achso, gut, das ist was anderes. Okay, dann würde ich das ja immer darauf upgraden. Und dann... Blut absolvieren finde ich blöd. Gut, ich mache erhöhten Schaden. Ich würde eine Waffe upgraden. Erhöhte Schaden und auch die Munition. Nach der Zeit verringert. Ne, ich gehe auf Schaden. Nochmal auf Schaden. So. Gut, wir haben eine Menge, Menge AP. Äh, da haben wir geguckt. Ich würde gerne mal kurz... Ansatzweise mal... etwas AP verteilen. Äh, EP. Was komm ich aus mit AP? Ich sag nur für zu viel, äh... GTA AP zu schauen. So, was haben wir hier? Autophagie würde ich gerne mal upgraden. Oder? Warte mal. Sprung. Äh, ha. Geschockt ist automatisch aus. Das könnte man sagen, ja. Aber das wird mir wieder 2000 AP kosten. Können Blutbarriere sagen. Erhält drei Treffer. Hat eine höhere Abklingzeit. Kostet mehr. Was ist das? Das kostet... Hier kostet es noch gar nichts. Ähm, absorbiert einen Treffer. Hält mehr aus. Und hat eine verkürzte Abklingzeit. Ich würde sagen, explodieren klingt gut, aber es kostet auch 2000. Es kostet alles 2000 hier, ne? Den Schattennebel, den haben wir noch gar nicht probiert, oder? Ich glaub nicht, ich glaub, ne? Haben wir noch gar nicht getestet. Wollte ich das upgraden, würde ich den gerne mal testen. Haben wir den getestet? Ich bin mir nicht sicher. Das kann man mal sagen. Mehr Gesundheit und mehr Ausdauer. Das hätte ich gerne. Blutkapazität, kann man immer sagen. Das hier. So, dann gibt's nichts mehr, was wir noch machen könnten. So. Wir haben ein bisschen unseren Körper. Das ist ja auch cool. Eigentlich Fähigkeiten brauchen wir gerade aktuell gar nicht. Neue zumindest nicht. So. Sie ist geheilt. Er ist kränker geworden. Okay. Hier ist ansonsten nichts geworden. Also, Sean Händen hier. Die ist end... Die Docs sehen sehr, sehr gut aus, würde ich sagen. Also, er ist der einzige, der krank ist noch. Das können wir auch noch beenden dann mit Blutarmut. Erschöpfung, Blutarmut, Erschöpfung, Erkältung. Erschöpfung, Erkältung. Die kann man alle heilen. Kritisch. Ja. Erkältung, Bronchitis, Neuragie, Blutvergiftung, Erschöpfung. Damit müssen wir auch mal gucken, wie wir das angehen. Darius wollte ich auch noch mal aussaugen, weil er... Wegen ihn haben wir beendet, glaube ich, seine Storyline. Und hier in Whitechapel müsste ich nächste Folge dann mal gucken, wie wir da weitergehen. So. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, wie es hier... Wo wir weiterkommen. Warte mal. Hier geht's nach oben. Aber hier geht's ja nicht lang. Folge den Pfeilen. Folge den Pfeilen. Folge den Pfeilen. Was soll das heißen? Geht's hier hoch? Warte mal. Nee. Komm ich denn hier raus? Das kann doch gar nicht sein. Ich muss da hoch irgendwie. Hä? Ich versteh's halt aber nicht. Warte mal. Da. Gibt's auch noch ne Treppe. Wenn ich dann hier hoch, ne? Ja, hoffen wir mal. So. Ah, hier geht's lang. Okay, gut. Schwere Geburt. Geht's hier lang? Da. Okay. Das heißt, ich würde jetzt gerade gerne noch einmal, ähm... Ich würde gerne einmal, ähm... Sollen wir jetzt mit Sean reden oder sch... Nächste Folge. Ich würde sagen, wir reden nächste Folge mit Sean. Dann, ähm... Gucken wir mal, was er dann jetzt zu sagen hat. Ja, wir sind ja hier... Wo auch immer wir jetzt hier gerade sind. Ähm... Ja, ich glaub, hier geht's dann zu Sean Hentons Notunterkunft. Es ist lockt. Ja, hier ist... Nicht ordentlich... Eieieieiei. Okay. Da hoch geht's zu Sean Hentons Notunterkunft. Da würde ich jetzt noch nicht hingehen. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Hier ist noch eine Leichtung blinkt. Okay. Ähm... Lasst einen Daumen nach unten, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und schreibt in die Kommentare, was ihr so denkt. Wie könnte das Ganze hier weitergehen? Bis dahin, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ciao, Leute.